... wo gesucht wird, machen wir mal das nächste, gehen wir einen Schritt weiter. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, es sind erfreulich viele Vertreter des Rates hier aus allen Fraktionen und Parteien, um sich das vor Ort anzusehen und natürlich mit ihrer Anwesenheit auch nicht nur ihr Interesse, sondern auch zu bekunden, dass es ein richtig, ein zukunftsweisendes Projekt ist. Und ich finde es wunderbar, dass der Vorsitzende des Sozialausschusses, der sich im Rat wesentlich mit diesen und solchen ähnlichen Projekten beschäftigt, Dr. Petzold hier ist und der jetzt eine Ansprache halten wird. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Strankowski. Die Gäste oder die Zeit der Gäste hat sich noch vergrößert und ich erlaube mir einfach noch drei Menschen zu begrüßen. Ich habe gesehen, Herr Ott ist da und Herr Santelmann, der Amtsleiter vom Sozialamt, ist bei uns. Und ich freue mich, dass unser Pfarrer Meurer, der wohl auch ein großer Freund dieses Projektes ist, und auch noch sich eingefunden hat. Jetzt sind wir alle zusammen. Ja, ich bin letzten Herbst mal hier gewesen, da sah das im strömenden Reben, da sah das noch ganz anders aus. Und ich denke, lieber Herr Kippe, lieber Herr Stark, lieber Herr Schaller, auf den Tag haben Sie lange gewartet und wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Kripp umschiffen müssen, um jetzt ja endlich heute Rundstein legen zu können. Aber im Bohren von dicken Brettern ist der SNM ja groß geworden. Und Sie sagten schon, Herr Strankowski, dass fast die gesamte Sozialpartie des Rates hier aufgeschlagen ist und dass auch ein Landtagsabgeordneter, Martin Börschl, sich hier zu uns begeben hat. Das zeigt die Wertschätzung, die Ihr Projekt in dieser Stadt Köln erfährt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier ein paar Worte reden darf. Ich bin da sogar ein bisschen stolz drauf, denn ich finde diesen Projektansatz, den Sie hier verfolgen, einfach überzeugend und überzeugend einfach. Denn es ist ja wirklich eigentlich ganz einfach. Da gibt es Menschen, denen fehlt ein Dach über dem Kopf und die haben keinen Job, weil das, was sie können, offensichtlich auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt ist. Und da liegt es doch eigentlich ganz nah, dass sich diese Menschen zusammentun und Selbstwohnungen bauen und dann vielleicht noch gleich einen Arbeitsplatz für die Zeit nach dem Bauen, der da natürlich sozialversicherungspflichtig sein soll. Das klingt wirklich total einfach, da hätte man schon längst drauf kommen können, denkt man. Aber wenn man sich in Köln ein bisschen auskennt, und nicht nur in Köln, sondern in Deutschland, dann weiß man, dass das überhaupt nicht einfach, sondern eigentlich unmöglich ist. Und dass Sie, der SSM und der Verein macht mit, dieses eigentlich Unmögliche einfach mal mutig anpacken, das ist ja schon aller Ehren wert. Was mich aber an Ihrem Projekt so ganz besonders fasziniert, ist Ihr ganz spezieller Ansatz. Ich kenne und schätze die Arbeit vom Jobcenter und der Sandelmann von der Sozialverwaltung, die mit wirklich großen Anstrengungen und durchaus mit Erfolg versucht, Langzeitarbeitslose wieder in die Arbeit zu bringen. Und die Arbeit soll auch keinesfalls kleingeredet werden. Und ich weiß natürlich auch, dass dieses Ihr Projekt hier für zehn Menschen nicht in die ganze Stadtfläche auszurollen ist, weil es auch nur einen ganz speziellen Personenkreis anredet. Aber trotzdem hat Ihr Projekt für mich einen ganz besonderen, einen ganz anderen Ansatz. Die Begriffe, die mir dazu einfallen, sind Partizipation, also Teilhabe, das ist Würde und das ist Respekt. Die Menschen, die hier erstmal arbeiten und dann später hier wohnen und arbeiten werden, bekommen hier die Chance, Ihr Schicksal buchstäblich selbst wieder in die Hand zu nehmen. Mit dem, was in Ihnen steckt und was bislang offensichtlich auf dem Arbeitsmarkt nicht so gefragt war, bauen sich Ihre Wohnungen, zusammen mit Herrn Schaller natürlich, selbst und Ihren Arbeitsplatz gleich noch mit. Sie bauen also Ihre Zukunft selber auf. Und anders in den Beschäftigungsmaßnahmen, so wichtig und sinnvoll sie sind, können Sie jeden Abend den Erfolg Ihrer Arbeit sehen. Dann sind nämlich wieder ein paar Steine dazugekommen oder die Trennwand steht. Und Sie werden, das haben wir eben gehört, Sie werden unabhängig von Transferleistungen, weil Sie, und da verwende ich mal diesen altbackenen Ausdruck, von Ihrer Hände Arbeit leben können. Und das macht mal einen geraden Rücken. Ich will jetzt natürlich auch kein Wasser in Ihr Superprojekt gießen, aber, und das kam eben ehrlicherweise ja auch schon, dieses Projekt funktioniert eben nur, weil und wenn von außen ein gutes Stück Geld kommt. Aber nach allem dem, was ich gesehen habe, was Sie mir erzählt haben, glaube ich, das ist so richtig gut angelegtes Geld. Und da freue ich mich drauf, dass das jetzt hier werden wird. Deshalb meine Gratulation zu Ihrer Projektidee, meinen großen Respekt für den langen Atem bei der Realisierung, meine guten Wünsche für das Gelingen und viel Glück und Gottes Segen beim Bauen. Vielen Dank. Applaus Applaus